Bald ist es soweit, die HomeQuadrat 2019 startet. Die Messe für Immobilien rund um Bau, Kauf und Modernisieren. Keine andere Verbrauchermesse in der Metropolregion Hamburg bildet das gesamte Themenspektrum zu Immobilien, Trends und Entwicklungen so umfassend ab wie die HomeQuadrat. Aus allen Fachbereichen ist irgendjemand hier und das ist ganz cool. Also egal ob Hausbau, Zaunbau oder Energiesysteme, Sicherheitssysteme. Man sieht viel und wenn man sich gerade informiert wie wir, lernt man auch erstmal glaube ich viel dazu. Das ist sehr schön. Auf rund 15.000 Quadratmetern präsentieren rund 220 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Die HomeQuadrat bietet viele relevante Themen für kaufinteressierte Endverbraucher und Bauinteressierte sowie Immobilienbesitzern mit Sanierungs-, Renovierungs- oder Modernisierungsbedarf. Aber auch für Immobilienbesitzer, die ihre eigenen vier Wände überholen und für die Zukunft fit machen wollen. Für mich persönlich ist es eine ganz, ganz tolle Messe, weil sie wirklich alles zusammenträgt, was den Baumenschen, die Baufamilien betrifft und berührt. Es gibt auch viele handwerkliche Dinge, wo sich die Häuslebauer auch selber mal rantrauen können. Erweitert wird das Themenspektrum der HomeQuadrat durch zahlreiche Sonderausstellungen. Zum Beispiel das Forum HomeQuadrat rund um Themen wie Finanzen, Recht, Sicherheit, Sanieren und digitale Themen für das Smart Home. Das biologische Bauen, altersgerechtes Leben und Wohnen. Der Garten wird immer mehr zum Wohnraum, zum Erlebnisraum, zum Wunschraum, sich zu entschleunigen. Wie pflege ich meinen Rasen oder wie gehe ich mit der Natur per se um? Und die Fülle an Botschaften ist so gewaltig, dass ich die nächsten 20 Jahre bestimmt diese Messe begleiten werde. Die HomeQuadrat 2019, dort, wo eine Immobilienmesse hingehört, auf dem Gelände der Messe Hamburg, mitten in der Stadt. Am 25. Januar 2019 geht es los. Die HomeQuadrat 2019.